So Freunde, wir haben wieder einen F3 Artikel, ein kleiner F3 Artikel, sehr unscheinbar. Wir haben die Scream Rocket 3 Stage, 4 Stücke sind in einer Packung enthalten. Und wo haben wir es? Da. Also wie gesagt, Rakete Klasse 3 oder F3, wenn ihr es mal scharf stellt, jetzt haben wir es. NEM sind angegeben mit 56,8 Gramm, Herstellungsjahr 2016. Ja, sind schon etwas älter, habe ich trotzdem noch nicht gezündet für euch. 12,7 Gramm pro Rakete, 4 Stücke in einer Packung. Und ich glaube, die Packung kostet, ich habe bezahlt, glaube ich, 8 Euro oder 10 Euro. Also relativ teuer für vier so kleine Raketen. Es kann auch 5 Euro gewesen sein. 5 Euro gewesen sein. Bin mir da gerade nicht so sicher. Ja, die S18 sind schon etwas älter. Aber wir gehen gleich mal raus und zünden die weg und schauen uns mal an, was die so drauf haben. Also bis gleich draußen. Oh, ja, gut, der ist auch kaputt. So, C3 Stage. Oh, 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 oh. So, C3 Stage. Oh, ich bitte. Soll ich was tun, was ich weiße? Aber wir treffen mal in die Richtung, dass die... Die machen irgendwie irgendwie mehr Sinn. Achtung! So, und die letzte. Ja, ist auch immer eine. Das ist durch die Kälte. Das ist auch richtig stabil. Ja, der ist massiv. So, da hat der Knall geführt. So, kennt man ja vom Funke. Also Freunde, macht's gut. So, da hat der Knall geführt. So, da hat der Knall geführt.